Die Diablo 2 Veteranen Für den Mönch, das wird sehr sehr interessant Und dann fliegen zum Ende hin noch ein paar absehbare Nerfs rein Meiner Meinung nach werden wir dann zusammen rausfinden Ich würde sagen schauen wir uns das Ganze im Detail an Was uns da erwartet, let's go! Die ganzen Infos hier sind bis dato nur auf Englisch verfügbar Wird sicherlich noch ein paar Tage dauern Bis das Ganze auf Deutsch übersetzt wurde Falls das überhaupt der Fall sein wird Aber ihr kennt mich ja Ich will euch hier auf dem Kanal möglichst schnell mit den neuesten Infos versorgen Deswegen würde ich sagen beißen wir uns hier jetzt gemeinsam durch Das wichtigste vielleicht erstmal zuerst Der PTR startet schon am 17. Juni Das ist kommender Donnerstag Das Ganze wird wieder über eine 2-wöchige Testperiode laufen Und ich gehe davon aus, dass Blizzard nach einer Woche nachnervt oder nachbufft Je nachdem was angebracht ist Mit Hotfixes bin ich vorsichtig Das haben sie die letzten Male auch selten zwischengeschoben Aber wir werden sehen was da kommt Vor allen Dingen mit dem neuen Mönch Set Das wird sicherlich nicht so live gehen Werdet ihr gleich sehen Dann sagen sie hier noch Wir sollen mal einen Blick auf die vorläufigen Patchnotes Unten werfen Und schon mal unser Theorycrafting starten Wie wir das meiste aus den Jetzt kommt's Neuen ätherischen Items machen Die ins Spiel implementiert werden Und ich würde sagen Gucken wir uns die doch mal an Seasons Was sagen die Entwickler? Diablo 2 hat uns mit schönen Erinnerungen versorgt Als es damals vor 20 Jahren released wurde Und mit Diablo 2 Resurrected Welches bald kommt Möchten wir ein neues Feature einführen Um dieses Vermächtnis zu honorieren So weit so gut Für dieses Saisonthema Haben wir uns Inspiration Daraus gezogen Zu überlegen Wie man ätherische Items In Diablo 3 unterbringen könnte Interessant Ätherische Items In Season 24 Sind ätherische Items Seltene Machtvolle Und vergängliche Items So wie es auch in Diablo 2 war Mit 21 ikonischen Waffen Aus Diablo 2 Die ein Comeback haben werden Alles klar Das heißt Wer es vielleicht nicht weiß Ätherische Waffen Sind einfach Eine bessere Version Einer bestimmten Waffenart Gewesen Das konnten Unix sein Das konnten Rares Oder Magic Items sein Aber halt mit besseren Stats drauf Und mit besseren Schadenswert Das Problem daran war Du konntest die Dinger nicht reparieren Wenn du die einmal Beim Gegner kaputt gekloppt hast Dann waren sie für immer kaputt Sowas kommt jetzt zurück Selten Machtvoll Aber vergänglich Soweit so gut Das Ganze gucken wir uns jetzt hier noch Im Detail an Aber bevor wir weitermachen Glaube ich Dass man hier ganz gut was Zwischen den Zeilen lesen kann Und zwar Diablo 2 Resurrected Was bald kommt Möchte Blizzard uns etwa Jetzt schon etwas Anteasern In Season 24 Für Diablo Resurrected Was nach Season 24 kommt Was gar nicht mal so weit hergeholt ist Denn Die haben ja gesagt Zweite Quartal 21 Und gehen wir davon aus Dass Season 24 Jetzt nochmal 3-4 Monate dauert Könnte mit dem Entwicklungsprozess Definitiv Stimmen Also Man darf gespannt sein Ich würde schon fast drauf wetten Neues Season Thema Season 24 Führt ätherische Items ein Soweit so gut Ein neuer Waffentyp Den Spieler während ihrer Season Reise Jagen, finden und farmen können Ätherische Items werden mit Machtvollen Affixen rollen Unter anderem Ein zufälliger Klassenspezifische Legendäre Waffenpower Ah ok Interessant Es handelt sich hier anscheinend Nur um Waffen Bei den ätherischen Items Und einen zufälligen Klassenspezifischen Passive Quasi wie ein Höllenfeuer Amulett Mit dazu Beides auf einem Item Interessant Ok Ätherische werden Einzigartige Symbole haben Namen haben Es wird ein eigener Itemtyp sein Deswegen gehe ich davon aus Ich bin mir sicher Den kannst du beim Schmied gar nicht Zerlegen Und Und droppen mit den Original Sounds Aus Diablo 2 Da haben sie die alten Warfdateien Wieder ausgepackt Oder was Ich sag euch Das ist um die Leute anzuteasern Auf D2 Resurrection Für zusätzliche Details Bei Also bei ätherischen Items Checkt die Liste Unterhalb So das machen wir jetzt auch So erstens Ätherische sind Account gebunden Soweit so gut Können nur Fallen Von Monstern Kisten Und Zerstörbaren Objekten Aber brauchen Keinen Level 70 Charakter Dass sie fallen können Interessant Okay Ätherische Items Können nicht erworben werden Durch Canis Cube Oder Von Kadala Ah interessant Okay dann heißt es wieder Monsterschnetzeln Finde ich gar nicht so schlecht Weil wenn ihr meinen Stream geguckt habt Ihr wisst ganz genau Wie ich es mag Bounties zu laufen Und Materialien zu farmen Also ich kann mir in meinem Leben Nichts schöneres vorstellen Und hier hast du wenigstens noch den Spaß Paar Monster auf den Kopf zu hauen Dass sie Items droppen Finde ich eigentlich ein ganz gutes Ding Gut Punkt Nummer 2 Was haben wir hier Die Drop Rate Von Ätherischen Items Ist angesetzt Zwischen Der Drop Rate Von Uralten Und Primal Items Okay Das ist aber ein Weit gefächerter Bereich Würde ich sagen Wenn ein Unique droppt Habt ihr eine Chance von 1 zu 10 Dass es auf Uralt rollt Und eine Chance von 1 zu 400 Dass es auf Primal rollt Was heißt es jetzt 1 zu 20 1 zu 350 Also das werden wir herausfinden Bitte nicht zu niedrig ansetzen Blizzard hier in dem Fall Okay drittens Es gibt drei einzigartige ätherische Waffen Pro Klasse Macht auch Sinn So kommen wir auch auf die 21 Jedes ätherische Item hat feste Affixe Aha Und rollt Zusätzlich ein Random Legendary Weapon Power Und ein Random Class Passive Skill Okay Also so wie ich das verstehe Sind die Affixe fest Das heißt ihr habt Ihr findet ein Schwert Mit einem Barb Habt Stärke Damage Attack Speed drauf Das ist anscheinend fest Auf dem jeweiligen Ätherischen Item Plus dann kann eine Random Legendäre Waffenkraft Rollen Wie Hammer der Urahren Schaden Oder was weiß ich Oder zum Beispiel Ambus Stolz Das Zerfleischen innerhalb einer Sekunde Ausgelöst wird Und all solche Sachen Das ist dann Random Plus Ein Passive Skill Aber die Affixe sind anscheinend schon vorgegeben Interessant Mal gucken was wir uns da geben Viertens Nur ein ätherisches Item Kann gleichzeitig ausgerüstet werden Okay Finde ich nicht so schlecht Weil das hört sich schon sehr stark an Wenn du da Die richtigen Kombos findest Müssen wir mal gucken Wie das auf dem PTR wird Fünftens Ätherische Items Ignorieren Haltbarkeitsverlust Okay Das heißt sie können nicht kaputt gehen Aber oben stand doch Dass sie vergänglich sind Interessant Weiß ich nicht wie sie sich das vorstellen wollen Werden wir dann sehen Sechstens Legendäre Kräfte Und Passives Die auf ätherischen Items rollen Stacken nicht Mit den gleichen Kräften Die in Canis Cube equippt sind Jo das ist ganz klar Also wenn ihr jetzt Klagelied Zum Beispiel als Barb Ausgerüstet habt Und auch noch Eins im Würfel habt Dann stackt nicht Der Damage hoch Wäre auch ein bisschen OP War aber auch schon immer so Siebtens Ätherische Items Können nicht Verzaubert werden Okay Das heißt ihr könnt Nichts umrollen Auf den Items Interessant Das wird dann nochmal so ein Ding Mit diesen festgesetzten Affixen Die die drauf haben Wirst du sicherlich nicht alles Für jeden Bild benutzen können Aber je nachdem Muss man schauen Transmogifiziert Auch nicht Weder gefärbt Noch neu geschmiedet Oder getauscht Das heißt Ihr findet eins Es ist euer Ist nichts mit weitergeben Ätherische Items Können augmentiert werden Okay Das heißt Ihr könnt Legendäre Gems Auf die Items drauf Drücken Für euren Mainstead Das geht Aber das hätte mich auch gewundert Wenn das nicht Der Fall gewesen wäre So Neun Wenn ihr alle 21 ätherischen Items Während Season 24 sammelt Okay Werdet ihr belohnt mit Der Tat der Stärke Okay Spieler die das Erreichen Werden alle ätherischen Transmogifikation Optionen Zur Verfügung haben Für zukünftige Seasonal Und Non-Seasonal Spiele Okay Krass Okay Während Season 21 Alle 24 Jetzt muss man gucken A Wie ist die Drop Rate B Wir haben ja Smart Loot Bei Diablo 3 Heißt Ich muss jetzt 7 Charaktere Erstellen Und mit allen In Season 21 So lange fahren Bis ich diese 3 Ätherischen habe Für meine Transmogifikations Optionen Puh Das wird aber krank Also Ganz ehrlich Klar Das hält die Spieler So ein bisschen Noch dabei Aber ich kann mir nicht Vorstellen Dass der durchschnittliche Spieler Sich 7 Charaktere Erspielt Equipped Und dann auf Item Jagd geht Vor allen Dingen Man muss halt gucken Wie diese Drop Rate ist Wenn die nah an den Primals ist No way Für einen Casual Spieler Und nicht mal für mich Das zu holen Mit 7 Mit 7 Charaktern Ähm Ich kann mir vorstellen Und werden nicht transferiert Auf euren Non Seasonal Charakter Wenn die Season zu Ende ist Alles klar Okay Jetzt Macht es auch Sinn Mit den vergänglich Die sind nicht in dem Sinne Vergänglich Wie sie in Diablo 2 sind Dass sie irgendwann kaputt gehen Sondern sie werden einfach nicht Über die Season hinaus Übertragen Okay Mir persönlich macht das nichts aus Ich spiele kein Non Season Habe ich noch nie gemacht Ich kenne aber auch Viele in der Community Die fragen mich immer Wie ist das mit meinen Items Habe ich die nach der Season Auch noch Und so weiter und so fort Also es gibt anscheinend Auch noch viele Spieler Die Non Season spielen Muss mal gucken Wie das aufgenommen wird Aber Für mich persönlich Kein Problem damit Dann gibt es hier noch Die Season Belohnungen Zwei einzigartige Neue Belohnungen Ein Porträtrahmen Und ein Pad Wird Spielern gewährt Die die komplette Season Reise 24 abschließen Soweit so Standard Bitte wisst Dass die Belohnung Also der Belohnungsinhalt Nicht während des PTRs Zur Verfügung stehen wird Soweit so gut Kein Problem Dann Werden sie uns sicherlich Mit Informationen Zwischen PTR und Season 24 Damit versorgen So Dann lasst aber mal weitermachen Mit den interessanten Sachen hier Den Items Denn es gibt einiges An Änderungen Für den Mönch Starten wir rein Mit den Skills Und zwar gab es Änderungen Am mystischen Gefährten Auf Deutsch Mystic Ally Mystischer Gefährte Und zwar die Feuerrone Die splittet sich jetzt Nur noch zweimal Anstatt fünfmal anscheinend Also wenn du den Skill Aktiv durchgedrückt hast Hat es sich fünfmal Aufgesplittet Und es explodiert Aber jetzt Splitten Alle Feuergefährten Okay Das heißt Splittet sich zweimal Und die beiden Dann Nochmal So ich das verstehe Der Schadensradius Ist leicht erhöht Okay Und der Schaden Geht hoch Von 480 Auf 1920 Das ist Viermal so viel Schaden Kann das sein Mein Mathe Freunde Auf jeden Fall Okay Interessant Mystischer Gefährte Der Erdgefährte Schaden ist Increased Von 380% Auf 4500 Waffenschaden Das sind 3800 Das ist Mal 12 Okay So viel zum Powercreepy In Diablo 3 Aber okay Der Mönch braucht ein bisschen Liebe Der hat die Seasons lang Keine Liebe bekommen Und es wurde Zeit Zweitens Wizzy Wizard Skill Change Spiegelbilder Okay Jetzt gibt es ein neues Display Wo man sehen kann Wie viele Spiegelbilder Gerade aktiv sind Alles klar Das ist Quality of Life Aber mehr auch nicht So Jetzt Item Changes Inneres Mantra Jetzt geht es los Vierer Bonus Du kriegst den Grundeffekt Aller vier Mantras Gleichzeitig Und Kriegst 5% Schadensreduktion Für jeden Mystischen Verbündeten So heißt es glaube ich Mystischer Verbündeter Den du draußen hast Dein mystischer Verbündeter Oder deine mystischen Verbündeten Nehmen nicht länger Schaden Okay So weit so gut Zugekommen ist hier Die 5% Damage Reduction Pro mystischer Verbündeter Und Du hast hier Ich glaube 10 Stück Mindestens draußen Das sind gute Solide 50% Ist Ein Haufen Damage Reduction Okay Inneres Mantra 6er Bonus Wir kriegen den passiven Effekt Von allen 5 mystischen Verbündeten Dauerhaft Dauerhaft Soweit so Standard Und wenn wir Ein Gegner Angreifen Erzeugt das Unseren Ausgewählten Mystischen Verbündeten Der 50 Sekunden Lang hält Bis zu 10 Mystischen Verbündeten Okay Also wir haben Also wir haben Ja Mit den Stiefeln 10 Bereits 10 Verbündete Heißt das jetzt Dass wir bis zu 20 Verbündete haben können Das werden aber Durchs 4er Set 100% Damage Reduction Kann ich mir ehrlich gesagt Nicht vorstellen Oder ist es so gemeint Dass unsere Standardverbündeten Durch den jeweils Ausgerüsteten Verbündeten Ersetzt werden Das heißt wenn ich die Feuerruhne jetzt drin habe Und die ganze Zeit Gegner attackiere Habe ich dann 10 mal einen Feuerverbündeten Der sich dann Jeweils 2 mal Splittet Durch die Skill Changes Oben Dann habe ich 20 Splits Mal so und so Viel Damage Also Er schließt sich Mir jetzt hier Nicht ganz raus Werden wir Auf dem BTR Rausfinden Und der Schaden Von unseren Mystischen Verbündeten Ist erhöht Um 950% Für jeden Mystischen Verbündeten Den wir draußen Haben Alles klar Und hier ist Hier ist der Größte Change Meiner Meinung nach Denn Wo damals Der 6er Bonus Unseren Schaden Erhöht hatte Für jede Fertigkeit Die wir eingesetzt Haben Ist jetzt hier Standardmäßig Mystischer Verbündeter Gebufft Heißt du kannst Innerst nur noch Auf Mystischer Verbündeter Spielen Und das muss ich Euch ganz ehrlich sagen Das finde ich ein bisschen Schade Weil ich habe Die Variabilität Von Inner Immer sehr gefeiert Egal ob du jetzt Ein Tempest Rush Damit gespielt hast Ein Lashing Tale In Wave of Light Was auch immer Es hat sich alles Ganz gut gespielt Und war meistens noch Ein Ticken tankiger Als die Standard Version Allerdings auch vom Schaden Ein bisschen weniger Aber da konnte man immer So ein bisschen variieren Was man gerade möchte Im Hardcore Und so weiter Und so fort Jetzt bist du quasi Gezwungen Mystischer Verbündeter Damit zu spielen Und Es fällt Viel von der Variabilität Für die Mönche Weg Also das Mal Als Negativpunkt Positivpunkt Ich glaube Das macht Bösen Damage Und Ein Set Für den Mönch Das Leider ein bisschen Ins Abseits Gerückt war Über die Zeit Kommt jetzt Groß zurück Muss mal gucken Wie das auf dem PTR wird Ob da die Vorteile Die Nachteile Überwiegen Aber ich glaube Dass sie das Ding Böse stark machen werden Dann The Crudest Boots Deutscher Name Fällt mir jetzt Gerade leider nicht ein Sorry Leute Mystischer Verbündeter Beschwört zwei Mystische Verbündete Die an deiner Seite kämpfen Okay Zwei mal fünf Durch alle Runen Macht zehn Deswegen sagte ich ja Zehn Haben wir sowieso immer dabei Zusätzlich machen Die Kollegen jetzt noch 300 bis 400 Prozent Erhöhten Damage Das ist neu Vorher haben wir nur Die Verbündeten bekommen Ohne Damage Jetzt geht das Ganze Noch mal bis 400 Prozent hoch 400 Prozent mal zehn Ja Kann sich blicken lassen Und zusätzlich können sie noch Also zusätzlich sind sie in der Lage Länger in ihrer aktiven Form zu kämpfen Okay Das heißt wenn ihr den Skill durchdrückt Können sie dann länger von den Runen nutzen ziehen So verstehe ich das fürs Erste Viertens Bindung der niederen Götter Feinde die von unserem Zyklonschlag getroffen wurden Nehmen 300 bis 400 Prozent erhöhten Schaden Von unseren mystischen Verbündeten Für fünf Sekunden Ihr seht schon wo das hinausläuft Der ganze Schaden kommt nicht mehr von uns Sondern von den Verbündeten Jeder Nein Gesplittete Feuerverbündete Erhalten fünfmal diesen Bonus Okay Ich kann mir aber vorstellen Dass das so ist Weil Wenn er sich splittet Macht er ja weniger Schaden Jedes Mal Und Das ganze mal fünf Dass man ein bisschen mehr konstanteren Schaden hat So Was sagen sie dazu Inars Mantra spielte sich ähnlich Zu anderen Monksets Und hatte deswegen keine starke Identität Muss ich sagen Habe ich eigentlich kein Problem mit gehabt Denn genauso wie Inarius Bufft das unseren generellen Damage Und du hast viel mehr Flexibilität Und besser mehr Flexibilität Als Identität Aber das ist Geschmackssache Wir möchten dem mystischen Verbindeten Spiel Eine wichtigere Rolle zu weisen Anstatt einfach nur Einen passiven Powerboost zu gewährleisten Okay habt ihr jetzt gemacht Es ist nicht eine wichtigere Rolle Sondern es ist die einzige Rolle leider Also ich muss dazu sagen Ich hätte es lieber gesehen Dass sie Inner Set am Stück einfach buffen Und noch eine gewisse Schadensreduktion dazugeben Dass es Viable für die hohen Greater Rifts wird Und dass wir uns dann was zusammenbasteln können In Sachen Build wo wir drauf Lust haben Jetzt bist du wieder gezwungen Auf mystischen Verbündeten Und ohne mystischen Verbündeten Kannst du das Set nicht spielen Das heißt Alle anderen Builds auch mit Inner Sind zu diesem Zeitpunkt jetzt Rip Für immer und ewig Traurig Aber was willst du machen So und wo wir jetzt schon mal bei traurig sind Jetzt wird es für die Crusader Und Necro-Spieler unter euch nicht besser Denn es kommen noch zwei signifikante Nerves rein Der eine mehr als der andere Und zwar einmal Aegis der Tapferkeit Fist of the Heavens Bufft jetzt Heavens Fury Um 125% Für 5 Sekunden Das deckt 3 mal hoch Jetzt denkt ihr euch Warum ist das denn Nerf Das war doch hier vorher auf 100% Ja Aber das war vorher multiplikativ Jetzt ist das ganze Additiv Das steht hier nur nicht dabei Heißt 125% Damage Mal 125% Damage Ist Doppel Damage Mal 125% Damage Ist Triple Damage Jetzt gibt es einfach nur 375% Auf den Main Skill drauf Und ist natürlich ein deutlicher Nerf Muss man dazu sagen Ich gehe davon aus Dass es sich nicht so stark auswirkt Wie vielleicht 5 5 Rift Level Greater Rift Level Ist okay Aber jetzt Aber jetzt Das Interessantere noch Für den Necro Maskerade des Brennenden Karnevals 6er Set Bonus Knochensperr von uns gecastet Von uns gecastet und unseren Simulacrum Macht 600% erhöhten Damage Überlegt mal Das war vorher von uns gecastet 10.000% Und von unseren Simulacrum wurde das getrippelt 30.000% Damage 30.000% Damage Und das geht jetzt jeweils auf 6.000 runter Ich gehe davon aus Dass das auch so nicht live geht Die wollen jetzt erstmal gucken Was da noch mit möglich ist Aber der Build war einfach krank für den Necro Der war der krankeste Build im Spiel Den ich seit lange gespielt habe Und ich meine es war klar dass es runter geht Die Frage ist nur warum kriegt Firebird Quality of Life Changes Und warum kriegen die beiden einen Nerf Ganz einfach Wartet nächste Season ab 25 Da wird Firebird genervt Es geht immer 2 Season ist immer was OP Und dann nerfen die es runter War genau mit dem Demon Hunter Mit Gears of Dreadlands auch so Also falls ihr euch wundert Jeder kommt mal dran Nur nicht diese Season Das ist schon krank Das kann man verkraften War halt auch sehr stark Müssen wir mal gucken Wie sich das auf dem PTR auswirkt Wir gucken uns das auf jeden Fall an Gar keine Frage Was sagen sie dazu Aegis der Tapferkeit Und Maskerade des Brennen Karnevals Waren jetzt overperforming Mehrere Seasons Ist ganz klar Ich würde mal sagen Aegis der Tapferkeit Deutlich länger als die Maskerade Aber okay Und die Sets werden jetzt angepasst Um das Ganze competitive zu halten Ja Wie schon gesagt Ja Freunde Das war es mit den Patch Notes hier Um das Ganze nochmal abzuschließen Nerves für Cruisy Und Necro Gerechtfertigt In gewisser Weise Werden wir sehen Ob Das nicht vielleicht ein bisschen Zu viel war In dem einen oder anderen Fall Werden wir auf den Leaderboards Dann sehen Item Changes für Inner's Mantra Ja Viel weniger Variation als vorher Man muss dazu sagen Mönch hat jetzt ein starkes neues Set Das Ding wird richtig reinhauen Da könnt ihr von ausgehen Vor allem auf dem PTR Das wird ja sowieso Komplett OP wieder draufgeschmissen Dann wird ab einer Woche Das Ding wieder so runtergenurft Dass du nichts mehr mit anfangen kannst Die Community wird wieder auf die Barrikaden gehen Ihr wisst es ja Und eventuell Buff Blizzard Dann nochmal nach Bis das Ganze live geht Aber viel weniger Variationen Und Ich hätte gerne gesehen Dass die Inner's genommen haben Stumpfen Damage hoch Gib uns Damage Reduction Und lass uns zocken Was wir wollen In meinem Fall Fähgender Tritt Ich like Ich mag dieses In-Fight Feeling mit dem Mönch Weil Das macht für mich den Mönch aus In den Mob rein Draufhauen Und nicht jemand anderes Für mich die Arbeit machen lassen Oder irgendwelche Glocken Irgendwo hinstellen Also Verstehe ich nicht Aber Mein persönlicher Geschmack Dann zum Schluss Zu den ätherischen Items Finde ich eigentlich Gar nicht so eine schlechte Idee Das einzige Problem Was ich daran sehe Ist Dass die Items Müll sein könnten Denn ihr seht Die Drop Rate ist Zwischen Uralt und Primal Und selbst Wenn Primal droppt Ihr wisst es alle Zu 90% Ist das einfach Crap Und weg damit Ist unbrauchbar Ist ein gutes Uraltes Immer besser Als ein schlecht gerolltes Primal Und diese Ätherischen Items Die müssen auf jeden Fall Einen signifikanten Push Für Euren Bild Bringen Oder zumindest Auch für irgendeinen Anderen spezifischen Bild Für eure Klasse Denn sonst Macht es auch Kein Spaß Und Sinn Die Dinger Zu farmen Ganz einfach Vor allen Dingen Weil sie auch Nur von Monstern droppen Dann kommt noch dazu Wie ist das mit den Festen Affixen Die drauf sind Können wir ja nicht umrollen Können wir wenigstens Socke noch mit drauf bringen Und so weiter und so fort Und die legendäre Waffenkraft Kann das Affix Höher rollen Als bei dem jeweiligen Legendary Auf diesen Ätherischen Items Also ich gehe davon aus Dass der Schaden höher rollen kann Vielleicht auch Stärke Intelligenz Was auch immer Aber kann auch Das legendäre Affix Höher rollen Das steht hier alles nicht Also seid gespannt Auf dem PTR Ich stream das auf jeden Fall durch Und wir werden das rausfinden Wenn die Dinger gut sind Dann wird das eine gute Season Wenn die inflationär fallen Und Müll sind Dann brauchen sie es auch Gar nicht weiter durchführen Das ist meine Meinung Zu der ganzen Schose Was mich viel mehr interessiert Was haltet ihr von dem Ganzen Season Thema zu Season 24 Gut oder muss da vielleicht Noch mal ein bisschen mehr kommen Schreibt mir das auf jeden Fall Unten in die Comments Ansonsten Wenn der PTR live geht Nächste Woche Sind wir auch am Start Wir streamen was das Zeug hält Entwickeln neue Builds Haben ein bisschen Spaß Und so weiter und so fort Also kommt dran bei Twitch Aber keine Sorge Die VODs kommen auch Zu den Builds hier wieder auf YouTube Also gar kein Problem Ihr verpasst hier nichts Danke an dieser Stelle An meine YouTube Und Twitch Supporter Ohne euch wäre das Ganze Hier nicht möglich Und wenn es euch gefallen hat Lasst mir auf jeden Fall Das Abo da Und sobald es etwas Neues gibt Halte ich euch hier Auf dem Laufenden Und zum Schluss noch Entschuldigt dass ich hier so Schwitze wie der letzte Hier sind 40 Grad bei mir Oben im Dachgeschoss Aber das Video Musste ich rausprügeln In diesem Sinne Macht euch ein Angenommen noch Ich bin draußen Peace